Du hörst den Hüttengrundfunk, den Auhagen-Podcast mit Marco Franke und Markus Hillig. Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 4 des Hüttengrundfunks und heute wieder mit dabei der Markus Hillig. Grüß dich. Ja, hallo. Grüße. Oder Glück auf. Glück auf bei uns. Glück auf. Das passiert nicht nochmal. Da hast du ja, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, was das Feedback zur Messe war. Weiter wurde ich mehrfach darauf angesprochen, auf diese Nummer. Also das war durchaus lustig. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen Upgrade gemacht. Das habt ihr vielleicht gesehen. Erstmal das Mikrofon vom letzten Mal. Aber jetzt haben wir auch ein Intro. Ja, genau. Ich finde den auch cool. Ja, ein bisschen Intro. Ich finde das total cool. Wir machen jetzt auch ein bisschen Musik bei dem nächsten Mal drüber. Also wir entwickeln uns weiter. Genau. Ja, heute über das sprechen wir nicht. Wir sprechen über das Feedback zur letzten Folge mit Mike. Das ist ja sehr umfangreich angekommen hier. Dann reden wir über die Neuheiten, die wir jetzt ausgeliefert haben. Genau. Dann haben wir eine Messe im Dortmund, die im April ansteht. So ist es. Und wir haben einige Neuheitenvorschläge von euch gekriegt, weil wir ja bei Instagram dazu aufgewogen haben. Und das ist eine sehr schöne Sache, dass da so eine hohe Beteiligung ist. Ja, ja. Darüber sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Aber erst mal zum Feedback zur letzten Folge. Ich kann nur sagen, vielen, 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 vielen Dank, weil ich wurde regelrecht überschüttet mit positiven Kommentaren von euch auf den sozialen Medien, bei mir auf dem Kanal, aber auch auf dem Auerhaken-Kanal. Ja, ihr wart richtig begeistert, dass Mike mal so aus seinem Modellbauer-Nähkästchen geplaudert hat. Na, das inklusive Schokolade-Essen. Wir haben heute leider keine Daumen und Tee, aber das glaube ich auch besser so ist. Also das huste ich ja die ganze Zeit rum. Aber ich denke, das geht mir gut durch. Ja, war für mich positiv. Wir haben erste Fünf-Sterne-Bewertungen bei iTunes oder Apple Podcast. Wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt, macht das doch bitte ein bisschen. Wenn ihr Apple-Nutzer seid, lasst mal eine gute Bewertung da. Das wird dem Podcast deutlich helfen, nach vorn zu kommen. Wir sind ja einer der wenigen Modellbahn-Podcasts eigentlich. Ja, also von den Herstellern her sind wir die Einzigen aktuell. Die Ersten. Wir werden immer die Ersten bleiben. Wir werden immer die Ersten bleiben. Das ist schön. Zumindest dort. Ja, und dann gibt es auch einen Podcast, wo du mit dabei warst. Das war, wie heißt der? Bier und Bahn. Bier und Bahn, genau. Das ist auch zu empfehlen. Schaut da ruhig mal. Richtig. Hört mal rein. Hört mal rein, genau. Da war Markus vor einem knappen Jahr jetzt, ne? Das war voriges Jahr kurz nach der Messe Leipzig. Aha. Also das ist ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr, ja. Aber die haben ja nicht bloß die Folge mit mir, sondern es gibt ja auch noch mehr Folgen. Ja, ja, richtig. Also ruhig mal mit reinhören. Ja, also war auch eine schöne Folge. Also, wie gesagt, ihr dürft uns gerne da ein bisschen unterstützen, ein bisschen pushen. Auch bei YouTube gibt es die Möglichkeit, ein paar Kommentare da zu lassen. Bei Spotify glaube ich auch. Also, guck mal, vielleicht unterstützt ihr das Ganze ein bisschen. Support ist kein Wort. Genau. Ja. Jetzt geht es nochmal in das Thema Neuheiten rein. Wir haben ja jetzt die ersten Neuheiten ausgeliefert. Ja, bei uns, über den Shops sind auch schon einige gelaufen. Ja, wie lief das? Erzähl mal ein bisschen. Ja, wie immer reibungslos. Also, wir nehmen uns ja immer vor, dass wir schon die Sachen, die wir ankündigen, auch liefern können. Und das ist jetzt für März auf alle Fälle wieder gut gelaufen. Stimmt. Und die sind die ersten Sachen, die jetzt gekommen sind, für H0 und für TT. Ein Produkt ist auch für beide Nenngrößen. Die Feuerlöscher, die sind große und kleine dabei. Die gehen für beide Nenngrößen. Und ja, ansonsten ist viel schönes Zubehörzeug dabei. Und natürlich bei den TT-Sachen können wir nochmal auf die einzelnen Sachen dann eingehen. Die Modelle der Lader und der Multicard, die sind natürlich wieder sehr gut im Rennen, sage ich mal. Das stimmt. Als wir den gepostet haben wir auf Facebook und auf Instagram, ging es ganz schön ab. Genau. Und das sind ja einmal Auflagen. Also, von daher, wer da gerne Bedarf hat, auf jeden Fall, schaut mal bei eurem Fachhändler vorbei, dass da auch noch welche da sind. Und ein paar gibt es bei uns natürlich auch noch. Aber ich glaube mal so, gerade der Lader, der T-170, da wird, denke ich mal, bis Ende April wirklich, zumindest bei uns, dann ausverkauft sein. Davon gehe ich aus. Also, wir haben ja auch bei unserem Shop relativ viele Anrufe gehabt, dass wir die mal beiseite legen sollen. Also, da war wieder ein ziemlicher Hype da, wie beim 172 letztes Jahr. Und das ist ja der erste 170 in TT auch. Ja, das ist eine Formneuheit. Genau, also das ist eine richtige, echte Neuheit. Genau. Und von daher, ja, ansonsten, wir haben es für März angekündigt, wir haben es im März gebracht. Es ist jetzt seit über einer Woche, also wir haben es in der Woche vor Ostern auf jeden Fall, sind alle Händler schon ausgeliefert gewesen. Es ist bei den Fachhändlern schon angekommen, sodass es quasi auch vor Ostern schon bei jedem sein konnte, der es beim Fachhändler bestellt hat und noch abgeholt hat. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir unsere Arbeit gut machen. Das ist ein Merkmal von uns, dass unser Verdienst von unseren Leuten vor allen Dingen, die sich hier ganz viel große Mühe geben, immer die Produkte auch zeitgerecht fertig zu bekommen, in einer ordentlichen Qualität. Und ein Riesenvorteil von uns, dass wir hier am Standort halt in Deutschland produzieren. Das stimmt, also da nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Kollegen. Genau. Die hier echt gute Arbeit geleistet haben. Ist ja auch so ein bisschen merken worden, also wenn wir bis letztes Jahr hatten wir das mal nicht so, da gab es ein Problem, aber ansonsten pünktlich ausliefern ist so unser Ding, oder? Genau. Und das wollen wir auch beibehalten. Und daher auch nochmal der Hinweis für die, die es halt jetzt noch nicht so gehört haben oder gesehen haben. Wir haben Neuheiten erstmal jetzt für die erste Jahreshälfte angekündigt. Richtig. Und es kommt im Sommer auf jeden Fall nochmal ein Neuheitenprospekt oder eine Ankündigung dazu für die Sachen, die wir dann im Herbst und im letzten Quartal dieses Jahr dann liefern werden. Und weil wir halt bei manchen Sachen noch nicht so 100% sicher sind, schaffen wir es wirklich. Oder wie sieht denn wirklich die Entwicklung da komplett aus, dass wir jetzt nicht Versprechungen machen, die wir dann hinterher nicht halten können. Deshalb gibt es da einfach nochmal jetzt bloß die Hälfte der Neuheiten, sag ich mal, die wir jetzt veröffentlichen. Und dann ist auf jeden Fall auch was für die Spurweite N dabei. Also dort nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben die N-Bahner nicht vergessen. Es geht da auch weiter. Wir wollen halt nur ein Produkt wirklich erst fertig durchdenken und gucken, dass es wirklich auch so realisierbar ist, wie wir uns das vorstellen, bevor wir da großartig was ankündigen. Ja, das wird auch richtig gut. Also das N, was da an N jetzt kommt, das ist keine Sache, die man jetzt hinten runterfallen lassen würde. Nee, nee. Also das war richtig gut. Also N-Bahner sind nicht vergessen, auf keinen Fall. Ja. Eine kleine Panne gab es dann doch, die ist ein bisschen lustig. Erzähl mal. Ja, wir haben bei der Vielzahl an Neuheiten und Artikelnummern, die dann manchmal auch gleich klingen, so was H0 und TT ist. Das überschneidet sich ja jetzt manchmal. Da gab es ein kleines Missgeschick mit einem ERN-Code. Und das ist halt dann aufgefallen beim Anfang der Versendung, dass unser System, wenn wir die Sachen versenden, geht es ja über einen Scanner. Und der hat dann gesagt, nee, das kann nicht sein. Hier stimmt irgendwas nicht. Und da war ein Zahlendreher im ERN-Code drin. Also das ist der Code, den der Fachhandel hauptsächlich braucht, um das dann quasi in den Kassen einzubuchen. Und da wir aber viel Technik auch am Standort haben und viele Sachen auch selber machen, das war quasi bei so einem Blister, ich weiß nicht genau welcher Artikel das war, da war einfach ein Einleger, war der falsche ERN-Code drauf und den konnten wir dann schnell nachproduzieren hier bei uns im Haus. Und dann war das quasi innerhalb von einem halben Tag, war die Sache dann wieder bereinigt und dann gründete da die Verkehrsfiguren. Die Figuren, ja. Und da konnten wir dann zügig auch weiter ausliefern, sodass es jetzt dort nicht in Stocken gekommen ist. Genau. Und das ist ein Zeichen für mich wieder, dass wir die Kontrollmechanismen, die wir hier bei uns im Haus einsetzen, das Controlling, was wir haben, es funktioniert, dass es halt nicht erst rausgeht. Dann wäre es natürlich nicht so schön. Richtig. Es war ja für uns auch die letzten zwei Jahre eine technische Umstellung. Und dieses System, was uns wirklich auch für viele, viele Kopfschmerzen bereitet hat, hat jetzt aber direkt Vorteile gebracht. Genau. Und hat verhindert, dass richtig Käse passiert ist. Ja. Von daher. Ne, sehr schön. Wollen wir mal drüber sprechen, was wir ausgeliefert haben? Ja, können wir gerne. 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 Können wir das machen. Ja, was... Fangen wir mit TT an, oder? Mit TT, gerne. Na, so ein TT, das hatte ich ja vorhin schon angekündigt, so der Lader T-170 ist eine absolute Formneuheit. Und bedruckt jetzt für einen Kohlehandel. Und als Thema gibt es dann den Multicore, den M25 mit Hochportkipper dazu, ebenfalls in Bedruckung für einen Bekohlungshandel oder Bekohlungsanlage. Und die Sachen werden auch gerne zusammengenommen, gibt wieder ein schönes Thema und ja, werden gerne genommen. Ist auch jetzt hier gewesen, im Shop vor Ort, war das das Thema Nummer eins für die TTler. Ich meine, die S-Bahn-Stadtbahn-Geschichte kommt ja im Sommer erst. Genau. Da sind auch viele heiß drauf, auch ganz viele auf der Messe ein Thema. Da kommen wir dann noch dazu. Ja, ja, da kommen wir dann nachher zu. Da können wir was dazu erzählen. Und ansonsten im TT die Figuren. Die Figuren, genau. Das sind so ähnliche Figuren wie in der Verkehrskanzel, die wir voriges Jahr gebracht haben, aber andere Posen, die sollen halt jetzt eine Verkehrskontrolle darstellen. Das sind 3D-Druckfiguren, die wir bei uns hier produzieren und Verkehrssägel dazu. Dazu gibt es auf unserer YouTube-Seite einen schönen Film, wo man das Anmalen mal zeigt, wo man sieht, dass es gar nicht schlimm ist. Das war im letzten Auerndreff, war das mit dabei. Also wer da wirklich mal schauen will, das ist nicht kompliziert, die Figuren selber anzumalen. Wichtiger Hinweis vielleicht noch, die Figuren, die kommen ungehärtet. Die sind also noch nicht ausgehärtet. Das Residen muss man ja mit UV-Dicht aushärten. Dadurch wird es aber sehr spröde. Deshalb sind die ungehärtet. Das heißt, wenn man die zu Hause hat, dann sollte man die, wenn man sie rausgetrennt hat, vielleicht mal ein bisschen in die Sonne legen, damit die noch ein bisschen aushärten können, bevor man sie dann richtig anmalt. Genau. Ja, wieder im Zwei-Komponenten-Spritzguss-Verfahren die Verkehrskicke dazu. Das ist auch so ein bisschen ein Highlight an der ganzen Nummer. Ja. Und zum selber anmalen halt. Genau, die Figuren. In TT vielleicht ist es auch die Feuerlöscher mit der Tafel. Genau. Das ist für beide. Da haben wir einen schönen Übergang jetzt von der einen zur anderen Nenngröße. Also die Feuerlöscher haben wir schon mal bei einem anderen Produkt mit im Bausatz drin. Ja. Und viele wollen das gerne als Ausgestaltungsutensilien haben. Und wir haben gesagt, okay, nehmen wir das raus, machen ein extra Sortiment dazu. Aber wir haben es nochmal etwas getoppt. Genau. Indem wir einfach gesagt haben, die Hälfte davon ist bedruckt. Richtig. Also so wie die Originalfeuerlöscher haben wir mit dem Tampondruck dann Druck aufgebracht. Und das sind zwei Farben. Es gibt die in weiß und in gelb. Genau. So wie sie quasi in echt auch unterschiedlich zu finden sind. Und dazu haben wir noch eine Gerätetafel. Genau. Gehört dazu. Und somit kann man das überall im Werkgelände. Also auf Spielnähe von irgendwelchen Parkplätzen im Wald gibt es ja die Gerätetafeln und die Feuerlöscher gerade zusammen mit einer Fabrik oder einer Werkstattausstattung und so weiter. Genau. Feuerlöscher können überall, in echt müssen sie überall sein und auf der Medellbahn können sie gerne überall mit rein. Du hast gerade Werkstattausstattung angesprochen. Ja. Die ist ja an H0 gekommen und das war eigentlich ein Wunsch, der schon ganz lange bestand. Und vor allem, wenn wir hier einen Einzelteilservice gucken, da kam ganz oft die Frage, wir haben doch die Kfz-Werkstatt, kriegen wir die Ausstattung dazu. Wir haben nur gesagt, ich brauche mal das, ich brauche mal das. Dann haben wir vorgesört die kleinen Bekohlungen gemacht, die kleinen Loktankstelle, da waren die Fässer dabei und der kleine Handwagen oder der Fasswagen. Ja. Und das war auch so, dass wir dort sehr viele Anfragen hatten über den Einzelteilservice. Und die Hebebühne aus der Kfz-Werkstatt, die war auch immer sehr gut gefragt und da haben wir jetzt das mal alles zusammengeführt, was so gebraucht wird von euch. Und ja, da ist halt ein schönes Sortiment draus geworden. Sehr, sehr umfangreich auch. Da ist allerhand drin, ja. Ja, ja, ich habe das jetzt schon mal auseinandergenommen und habe mir das genau angeguckt. Da hat man Schuhe dabei, da hat man Flaschen dabei, da hat man die Hebebühne natürlich. Richtige Gummireifen, ganz wichtig. Ein paar Pakete, ein paar Fässer, also da ist richtig, richtig was drin. Ein beliebter Werkzeugspritzing, den wir relativ oft einsetzen mit der Sackkarre und den Schubkarren, der ist auch drin. Ja. Also ist ordentlich was im Paket. Oh ja, da ist was dabei. Ja, dann gibt es noch Bierfässer. Ja. Die sind in unserem Multicar, oder vom Minicar, in dem Multicar mit Ladehilfe, sind die schon mit dabei gewesen. Gibt es jetzt auch als Ladegut oder zum Ausgestalten. Genau. Die Imitat-Alufässer, also sind nicht, bei uns sind sie nicht Alu, aber sie stellen Alufässer dar. Sie stellen Alufässer dar. Ja. Die müssen montiert werden, das ist tatsächlich aus mehreren Ebenen. Ja. Damit man diesen Gummiring darstellen kann. Genau. Ansonsten wäre die Produktion wieder sehr aufwendig gewesen, wenn man da das über ein Druckverfahren aufbringt oder mit einem echten kleinen Gummiband. Und von daher, so hat man auch nochmal, ich sage ja immer, Fertigmodelle haben sicher einen Reiz, aber der Modellbau hat ja auch was. Richtig. Also ich kann mich mit dem Produkt viel, viel intensiver beschäftigen und stelle nicht einfach bloß bis fertig hin, sondern ich muss noch was dran machen. Das ist vielleicht sogar ein ganz guter Ansatz, weil Fertigmodelle sind das eine, aber viele machen das ja einfach nur, um zu bauen. Genau. Ja, und da ist das schon besser. Da haben wir noch was ganz Unscheinbares und zwar die Außenwandheizer. Ich weiß nicht, ob man die in Westdeutschland kennt, also hier im Osten kennt man sie, weil wir diese Stadtgasheizkörper in den Häusern hatten und irgendwo mussten die Abgase ja hin. Genau, das sind so eine Außenwanderhitzer nannten die sich. Gab es in Westdeutschland genauso. Ja. Waren auch nicht nur mit Stadtgas, wurden auch zum Teil mit Erdgas betrieben und das hat man halt wirklich viel gesehen und man sieht es auch heutzutage noch, wenn die unsanierten Häuser, sowas. Ja, da ist das manchmal noch da. Ja. Und ja, das haben wir in der Schmittstraße schon dabei gehabt voriges Jahr und wurde halt auch ab und zu mal angefragt und von daher gibt es das jetzt als Set separat. Also viele kleine Elemente zum Ausgestalten. Eine größere Sache gibt es auch den T172 in Mindgrün, den wir Anfang des Jahres in TT hatten oder Ende des Jahres in TT hatten. Das war im Oktober, das war dann quasi die... Der Nachfolge vom Blauen. Genau, die schnelle Nachauflage, die dann schon schnell wieder weg war. Ja, ja. Und die anderen, sagen wir mal TT, die 172er, T172er in H0, die laufen jetzt aus oder sind von den Stückzahlen her so weit runter, dass wir einfach gesagt haben, da wird es jetzt Zeit für Nachfolger und deshalb diesmal in dem Mindgrün. Das sind so die Originalfarben von dem Weimar Lader, wenn die original hergestellt wurden, wurden die in dem Mindgrün ausgeliefert zum Teil und das ist demnach empfunden und daher die Farbe. So eine Diskussion haben wir tatsächlich auch mit einem Kunden, also wir denken uns die Farben nicht aus, sondern häufig hat es die so gegeben. Genau. Also gerade bei den Fahrzeugen wurden ja oftmals welche, die wurden dann einfach umlackiert, das was halt da war, aber wir versuchen schon, unseren Original-Sachen zu halten. Richtig. Nee, also der T172 in H0 jetzt nochmal, in Mindgrün genauso wie der letzte in TT. Genau. Wobei der in TT halt leider schon weg ist. Genau. Aber es gibt noch den einen oder einen Fachhändler, der einen noch hat. Ja? Ja. War ja fast schon ein Geheimtipp, ne? Ja. Ja, gut. Okay. Und so wird mit Neuheiten, glaube ich, durch, oder? Die jetzt ausgeliefert worden sind. Für jetzt, die im März jetzt gekommen sind, also die sind schon bei eurem Fachhändler oder bei uns im Webshop. Genau. Da sind wir jetzt so weit durch und die nächsten Neuheiten kommt dann die Auerung im Juli. Und vorher kommt noch eine kleine Überraschung. Ich wollte gerade fragen, kommt vorher noch irgendwie was? Das ist ja öfters bei uns so, dass wir da was raushalten. Genau. Zur Messe in Dortmund. Ja, ja. Messe Dortmund ist sowieso das gute Stichwort. Das ist ja das gleiche Nächste. Die Messe, ich will vielleicht mal über Grunddaten erst mal sagen, was Messe Dortmund da ist, die Intermodellbau. Am 18. bis zum 21.04. 24.04. in der Halle 4, Stand A08. Genau. Da findet ihr uns. Kommt auf jeden Fall vorbei. Auf jeden Fall vorbei. Also wir sind an dem gleichen Standort wie die letzten Jahre auch. Und die Halle 4, glaube ich, ist sehr gut belegt. Es ist wieder viel los. Es gibt viel zu sehen. Es gibt viel zum Anfassen, zum selber probieren. Es sind wieder sehr schöne Schauanlagen dabei von Vereinen. Das ist ja auch immer das Schöne bei so Messen. Es ist nicht jedes Jahr das Gleiche. Ja. Es kommt immer was Neues. Und wenn ich dann immer so rumgehe und dann schaue, wo entdecke ich denn Sachen von uns, fasziniert mich das immer wieder, was quasi auch auf Vereinsebene oder manchmal auch Privatleute aus unseren Produkten so alles machen können und was da so für Ideen vor allen Dingen vorhanden ist. Also das ist echt wirklich frappierend. Ja. Und sehr schön. Also mich freut das immer sehr. Auf der Rocco-Anlage kann man immer viel von uns sehen, habe ich gelernt. Ja, da gibt es auch viel von uns. Ja, wir hatten vor zwei Jahren ein Ehepaar aus Holland. Die haben aus unserem Baukastensystem ein Zug gebaut. Das war sehr interessant. Wir hatten voriges Jahr einen Modellbahnverein da. Der hat ebenfalls ein Zoothema, Tierparkthema gehabt mit dem Eisbärengehege unter Wasser. Da konnte man von der Seite reinschauen. Also wunderbar. Und ich freue mich da schon drauf, wenn ich wieder umherziehen kann, wenn ich mal Zeit habe und einfach mal schauen kann, wo gibt es jetzt Sachen von uns. Die werde ich natürlich auch mal rüberschicken. Wir hatten die letzten Sachen auf Facebook. Die Schüler, die wir haben auch auf Facebook und auf Instagram. Genau. Und das werden wir dieses Jahr auch wieder mal machen. Und das fasziniert mich immer, was da so aus unseren Sachen gebaut werden kann. Ist Maik Lorbeer wieder mit am Start? Ja, Maik ist natürlich wieder mit dabei. Er wird natürlich die Neuheiten zeigen, die wir so ein bisschen jetzt aufbauen können. Die sind auch einfach dabei, oder? Die haben wir natürlich auch mit. Wir haben auch die Neuheiten von Juli als Muster mit zum Anschauen. Ja, das ist gut. Das Thema Fischerhaus, Hofladen, was da so alles dazugehört. Da haben wir ein schönes, großes Diorama mit. Da könnt ihr euch das angucken, wie wir uns das so gedacht haben. Die Stadtbahn ist auch dabei. Die Stadtbahn ist dabei für die TT-Bahner, TT-Fans. Und ja, der Maik ist sowieso immer für alle Fragen rund um den Modellbau da und beantworte die euch gerne. Der ist immer stark umringt. Stimmt. Da ist immer richtig was los. Und ja, gerne. Kommt also vorbei. Bringt eure Fragen mit. Wenn wir von früh bis abend nicht vom Stand runterkommen, weil so viele Leute da sind. Genau dafür sind wir da. Nee, ist also, ich war ja in Dresden mit dabei. Also es war wirklich krass mit der Ecke. Da war schon richtig Betrieb. Genau. Das zeigt uns auch wieder. Also ich war jetzt in Mannheim zur letzten Messe. Dort mit einer ganz kleinen Ecke. 3x3 Meter hat man da. Da waren wir noch nie auf dieser Messe. Es ist das erste Mal gewesen. Und das zeigt immer wieder, der Kontakt zu den Endverbrauchern ist ganz wichtig. Die Fragen, die da kommen, die kann man auch so am Telefon manchmal schlecht beantworten. Und so im Gespräch, so gegenüber, das ist auch wesentlich angenehmer. Und man kriegt ganz viel Feedback zu unseren Sachen. Ja, das ist häufig auch ehrliches Feedback. Das ist aber schon in der letzten Folge. Ja, also Halle 4, Stand A08, 18. bis 21. Genau. Ja, ich freue mich. Okay. Neuheitsvorschläge. Da hatten wir eine schöne Aktion vor ein paar Wochen. Da haben wir auf Instagram nach Vorschlägen gefragt. Ja. Und da haben wir ganz schön überhäuft. Ja. Wir haben ja so schon immer Probleme. Was ist Probleme? Also wir müssen uns immer entscheiden, was machen wir denn jetzt? Ja. Und jetzt kommst du mit noch mehr Vorschlägen. Ja. Also durch euch gerne. Wir freuen uns. Ja, was macht man jetzt? Das ist natürlich immer eine schwere Frage. Genau. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass ihr so zahlreich daran teilnehmt, dass ihr auch selber Ideen habt. Auch Wünsche an uns noch. Und ja, also wie gesagt. Aber vieles Konkretes auch dabei. Ja. Also konkrete Vorstellungen. Nicht mach mal irgendwas für ein Betriebswerk, sondern wirklich ganz konkrete Modelle mit Vorbildern auch. Ja. Also wurde wirklich sehr konkret. Das ist immer so, wenn ihr Ideen habt und ihr habt Vorbildfotos noch dazu, gerne einfach mitschicken. Das erleichtert uns natürlich dann die Umsetzung. Und ja, der eine oder andere kann sich sicherlich freuen. Es waren natürlich auch Sachen dabei, die wir schon in petto haben. Die vielleicht auch schon ein Stück weit, sagen wir mal, angefangen sind. Stimmt. Da war was. Und dann sieht es immer so aus wie hier. Guck mal, ich habe es bei Auhagen gesagt, die sollen das machen. Und ein halbes Jahr später kam es dann. Also ganz so ist es nicht. Wenn das so kurzfristig ist, dann waren wir meistens schon dran. Aber lustig ist das. Ja. Wenn ihr Vorschläge habt, dann könnt ihr die gerne per E-Mail schicken an info.auhagen.de. Mit Bildern. Wenn ihr Vorbildfotos habt, dann ist das immer sinnvoll. Norm. Und da wären wir eigentlich schon durch für heute. Ja. So kurz nach Ostern. Ja. Genau. Osterausgabe. Ostern alle überstanden. Genau. Und wie gesagt, wir gehen jetzt in die Vorbereitung für die Messe. Genau. Das ist jetzt der nächste Part. Das ist sozusagen jetzt aus. Genau. Alles zusammensammeln, gucken, LKW bestücken, Checklisten machen, ist alles dabei. Ja, das ist immer schon eine spannende Sache für uns. Also ist jetzt zwar unser alltägliches Geschäft, die ganzen Messen, aber trotzdem immer. Schön, dass es gut geht, ne? Ja, auf jeden Fall. War ja zwei Jahre lang nicht so. Also das ist echt schön, dass es so wieder geht. Ja. Vielleicht auch hinweisen Dortmund, weil, das habe ich noch nicht gesagt, ist, wir gehen vielleicht mal am Samstagmittag live, so dass die, die nicht hinkommen können, bei uns auf Instagram mit Auhagen-Modell auch mal ein bisschen einen Eindruck kriegen. Genau. Dann kann man einen Rundgang machen über einen Messerstand. Und da können wir euch das zeigen. Alles klar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Gerne. Und wir hören uns dann nächsten Monat im Mai wieder. Genau. Im Wundemonat Mai. Genau. Und da sind wir gespannt. Jetzt. Alles klar. Macht's gut. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.